Hallo Freunde, willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute geht es um das Thema Rund. Nämlich um eine runde Sache, das Eu. Ben, erzähl doch unseren lieben Freunden, wie diese Challenge geht. Ja, jetzt lass uns mal zum Ort des Geschehens gehen. Komm, lass uns rausgehen, wir wollen die Welt sehen. Also Leute, wir müssen das Ei von meinem Bruder transportieren, dass es auf den Boden fällt und brechen kann, auf den Trampolin, weil wir werden dann springen. Ich erzähl jetzt leider die Challenge, weil mein Bruder hat leider gerade Sprachklima. Also, wie ich muss, das Ei hier zum Ben werfen auf dem Trampolin und wir müssen mindestens fünfmal schaffen und bei dem, bei dem das dann runterfällt, der kriegt dann eine richtig krasse Bestrafung, nämlich er muss ein rohes Ei trinken. Nämlich wir werden es dann so aufmischen und der muss es dann trinken und wir machen das alles im Springen auf dem Trampolin. Also jetzt geht's los, der Mikro ist zuerst zu mir. Wir machen es dann so auf dem Trampolin. 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 Oh mein Gott. BASKETT Ieeeee! BASKETT 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 So, wie oft war's? Ich glaub acht Mal und ich hab grad' das ge-crackt. Wie war das? Ich glaub, es waren acht. Ich bin mir ziemlich sicher, es waren acht. Ja. Aber, jeder musste ja fünf machen. Das heißt, 5 plus 5 ist 10. Das heißt, einer von uns hat es noch nicht geschafft. Das heißt, du musst das Ei trinken. Du musst das Ei trinken. Nein, du musst das Ei trinken. Du musst das Ei trinken. Okay, stechen. Also, wir haben jetzt beide zwei neue Eier bekommen. Und jetzt, das Stechen wird so gehen, dass wir beide jeweils das Ei hochschmeißen müssen und dann müssen wir es fangen. Der Erste, dem es runterfällt, der muss die Bestrafung machen. Und die Bestrafung ist, Mick, man muss ein rohes Ei trinken. Fertig, los. Eins. Das ist zu einfach. Wir machen jetzt Ei werfen. So hoch, zweimal klatschen und fangen. Okay, let's go. Drei, zwei, eins, go. Ja! Ich habe verloren. Hier, schau mal. Freunde, Freunde. Leute, ich habe gewonnen. Ben hat verloren. Ben muss jetzt ein rohes Ei trinken. Das wird Spaß. So, Ben, jetzt mache ich dir dein Cocktail. Yum, yum, yum. Eh, eh. Lecker, lecker. Eh, eh. Yum, yum, yum. Leute, esst. Beim Kopenburger Fest. Los geht's. Los geht's. Das schmeckt doch, oder? Wie jetzt. Was? Kann man das noch überhaupt noch ein nennen? Schaut euch das mal an. Dein YouTube ist blöse. Ich muss jetzt echt trinken. Ja. Das wird der größte Scheiß, den ich je in meinem Leben dann getrunken habe. Okay, ich habe auch schon andere Sachen getrunken, aber das wird so richtig eklig. Es ist so eklig. Es ist so eklig. Also, ich mache mir gerade meinen eigenen, weil Ben ist ein Weichei. Verstehst du? Und ich bin ein Mann. Und Männer können sowas trinken. Bon Appetit, myself. Riechen tut's schon mal gut. Schmeckt auf jeden Fall auch gut. Noch ein. Riechen. Riechen. Was? Easy. Noch rein. So, Freunde, ihr habt gesehen, es war saulecker. Unbedingt nachmachen. Also, wenn ihr das nicht macht, dann komme ich nach Hause zu Hause und mache ich irgendwas. Aber trinkt es. Trinkt es. Es ist saugut. Es ist saugut. Es ist saugut. Es ist saugut. Es ist saugut.